Wie kriegen wir den hier schon zum Laufen? Mein Helfer kostet uns das natürlich auch einen Haufen Kohle. Ruckel. Ruckel. Vor allem das Blöde ist jetzt mit diesem Adapter hinten dran, fährt es sich natürlich auch nicht unbedingt besser. Gleich. Meine Bremse stimmt auch überhaupt nicht. Ich trete schon seit einer halben Minute und der bremst einfach nicht. Jetzt stellen wir jetzt erstmal hier hin. Ich habe keinen Bock jetzt ganz zurück zu fahren. Ich will nämlich gucken, wie gut der fährt jetzt. So. okay. well haben wir das war damit nur noch in den flug können doch nicht immer gleich so toll passt wenigstens farbig so senken gucken nach vorne schön raus hier mit der kamera und gas ja guck mal den interessiert das überhaupt nicht ob der da hinten dran hängt oder nicht geil sehr sehr geil muss ich mal meinen weg hier finden so ein bisschen sieht aber gerade gut aus wird jetzt wahrscheinlich nicht ganz so effizient sein vom fahren her weil schwer zu handeln die ganze nummer so wie hier dass ich jetzt glaube ich schon am rande was stehen was wahrscheinlich mit verschwinden würde ja korrekt aber wir wollen jetzt auch nicht so mega pingelig werden hier die zeit haben wir nicht fangen wir uns jetzt selbst erstmal ein kleines vorgewände sehr geil ja also den big butt stört es überhaupt nicht hätte mich jetzt aber auch stark gewundert wenn der damit rumgezickt hätte ja das wird ein bisschen dauern selbst mit dem riesen flug ist ein relativ großes feld also das halt auch wirklich und dann haben wir hier noch so ein winziges stück was ja auch noch gemacht werden muss das zwischenstück muss noch raus geflügt werden das ist eine bahn das ist jetzt nicht wirklich erwähnenswert ja aber selbst mit dem flug ist das schon ein relativ großes feld auf jeden fall sollten wir nur gleich da ich ja da vorne die bahn schon habe fahren wir jetzt gleich so immer hin und her zurück weil sonst driftet der uns gleich wieder weg der flug kann uns da natürlich so oder so im gefälle hin und wieder passieren 12 km h sind jetzt auch nicht wirklich schnell wobei eigentlich eine zweite vorgewendete bahn wäre schon nicht schlecht ich habe eigentlich keinen bock hier ständig jetzt durch fremde felder zu fahr was noch nicht mal ein fremdes feld ist das ach doch das sah gerade so aus als wenn ich es kaputt fahre alter schreck lass nach so da ist ein helfer schon wieder fertig was macht er als helfer fährt komplett beschissen ne komm dann lass sein alter dann fahr du nicht als helfer wer ist denn fertig der schon wieder verstehe ich ehrlich gesagt nicht dass er das hier nicht anerkennt die schrägen wird jetzt gleich immer öfter passieren aber gut dann ist wenigstens das gefitzel da schon mal weg so keine ahnung wie ich jetzt hier fahren muss ich denke mal so könnte das passen mit der schnauze so ein bisschen ja sieht gut aus würde ich mich gerne aus der in perspektive so ein bisschen fahren habe da einfach voll bock drauf so jetzt head eye tracking wäre mega geil es geht aber einfach besser aus der perspektive hier ich kann damit bei solchen arbeiten aber besser umgehen head eye tracking wäre jetzt natürlich ich glaube dann würde das viel cooler gehen weil man das so einen eigentlich alles mit seinem kopf macht mit dem hin und her gucken man braucht nicht mehr die blöde maus ich sag mal head eye tracking ich meine so heißt es hier im spiel eigentlich ist es ja nur eye tracking eigentlich so ich glaube das feld gehört nicht mehr uns da kann ich glaube ich ganz getrost drüber brettern ja am besten machen wir mal ein knoten in das gespann naja geht aber voran ich weiß nicht also wenn ich dem jetzt hier trauen könnte ich meine wir sehen ja wie die linien gehen das ist ja nur hier vorne ein bisschen schief eigentlich wenn wir das gerade ziehen dann könnte der schön seine spuren fahren derzeit könnten wir der strom aufsammeln hätten wir allerdings einen dritten helfer an ich weiß nicht wie das kohle technisch reinballern wird aber ein versuch ist es eigentlich wert eigentlich eigentlich alter was ist denn mit der bremse meine fresse das problem ist wir müssen den weiter hier vorne ansetzen damit er jetzt auch wirklich die bahn fährt ich setze jetzt einfach an und dann gucken wir was er macht wir wollen ja schließlich was schaffen ich hau dir jetzt mal einfach hier hin dann bleibt er zwar offen aber das können wir ja selber nochmal weg machen nachher so runter und an fahr wunderbar dann lassen wir jetzt mal arbeiten ich organisieren wir schon mal das nächste fahrzeug ist übrigens unser eventuell unter motorisierte äh rasenmäher und hier die tür raus ne muss ich die nehmen gut ähm ladewagen ladewagen du bist hier ist er und der ist aber glaube ich gar nicht so klein ich bin mir gar nicht sicher jetzt haben wir allerdings auch nicht mehr so die große auswahl an traktoren guck mal doch den 1050 hätten wir noch ne den holen wir uns auch dafür besser ist das der ist voll sagt aber auch nichts dann kümmern wir uns erstmal darum aber wenigstens nimmt es jetzt hier form an und es passiert was auf auf dem ganzen hof gehöft ja gehöft ist besser gehöft und felder dann muss halt noch ordentlich gekalkt werden wenn alles durchgepflügt ist dann muss gegruppt werden glaube ich weil wir keine direktsaat maschine haben dann muss wobei wir vorm gruppen eigentlich auch düngen können dann gruppen dann einsehen und dann müssen wir theoretisch noch mal düngen können hoffe ich wenn nicht müssen wir gucken so bitte einmal leermachen äh da steht hier echt so ein pfeiler im weg aber den kann man anscheinend durchfahren jetzt hat er da noch was offen gelassen nach hier wird da auch jedes mal was offen lassen weiter arbeiten wunderbar er zieht hier auch seine bahn anscheinend jetzt sogar problemlos hätte es vielleicht auch nicht aussprechen sollen manchmal hilft es wenn man die schnauze hält und hier düsen wir jetzt einmal über den acker auf unseren hof und verstroh sammeln können da ist unser schöner big butt kollege unterwegs der hier auch tatsächlich fleißig seine spuren zieht hier ist ein bisschen offen das können wir selber ausarbeiten wenn sie einen denn wenigstens die größte arbeit abnehmen ist ein schon sehr viel geholfen das auf jeden fall wenn sie jetzt mal 20 minuten am stück alleine fahren ohne ärger zu machen dann schaffe ich auch tatsächlich ein bisschen was mal an stroh aufzunehmen wie oft hat es auch nicht so ganz perfekt geworden aber ja manchmal manchmal will das nicht so mit diesem landschaftsbau wie man das gerne hätte ist immer ein bisschen fummelig und da ist bin ich froh wenn wenn es dann noch einigermaßen glatt ist man muss halt auch sagen eigentlich die natur ist nie perfekt und man könnte immer alles perfekt machen aber wenn es halt ein bisschen ungleichmäßig ist hat das irgendwie auch ein bisschen mehr bisschen mehr stil so wir scheppern jetzt zu dem feld wobei ich auch gleich wenn ich am feld angekommen bin mache ich mal eben eine kleine pause für mich für euch werdet ihr das nicht merken ich schneide das dann raus aber für mich bräuchte ich mal ein kleines päuschen wo war das 43 genau da können wir eigentlich jetzt fahren wir die straße runter besser ist die hopfach ist schon eine geile karte und so wie ich gehört habe sind wohl jetzt auch die skripte veröffentlicht worden so dass die modder jetzt glaube ich mit den skripten auch anfangen können die anderen skripte oder diese skripte zu entwickeln dass wir hier wieder wirtschaftszweige und sowas bekommen 46 musik nicht 43 was ja ganz gut dass wir da unten lang gefahren sind da bin ich mal gespannt wie lange das jetzt noch dauern wird ob das wirklich auch die skripte sind die dafür benötigt waren oder ob da es darum irgendwas anderes gehen ist natürlich auch ein riesen viel von ladewagen muss man ja auch mal sagen aber funktioniert ist perfekt alles schön nimmt stroh auf ich hätte sie gerne zu ballen gepresst aber da wir ja kein ballen lager haben kein anständiges machen wir es erstmal auf dem wege gut nichtsdestotrotz ich mache jetzt mal eine kurze pause für euch ist jetzt hier ein cut